Es ist okay im Auftrag, alles ist nicht notwendig. Genau da hat schon ein Feind markiert, da wird einer abspringen. Be careful! Deine Mutter! So, ich komme gleich, bin gleich da. Wo sind sie denn, drüben auf dem gelben Dach oder was? Ja, 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 ja. Ach nee, da ist er jetzt, okay. Hier ist einer. Er hat einen Bogen, die Fotze, da musst du aufpassen, er hat einen Bogen. Okay. Warum habe ich eine Platte? Wann hat der mir denn eine Platte abgezogen? Kein Bewegung! Kein Bewegung! Hä, hier bei mir soll einer sein? Das ist doch blöd so. Kannst du dir nicht ausdenken, was für eine Waffe. Mann, hör auf zu markern, du wurenkehricht Viech. Feinde landen im Einsatzgebiet. Feindliches Ziel! Wie sieht es denn eigentlich aus? Ich krieg hier irgendwie Janusch so richtig mit. Ich auch nicht. Unten im Haus sind sie? Ja, die haben den Heli geklaut. Ja, das sollen sie machen. Es war so klar, dass der da in der Ecke schimmelt. Ach, oh Mann. Mit seinem Gefechtsbogen, ey. Hä, jetzt ist mein Gefechtsbogen weg. Ist ja interessant. Du bist ja immer noch übel gejagt. Was ist denn los? Sind die da noch bei dir? Ich weiß, da unten ist sie immer. Ich weiß, da unten ist sie immer. Der ist wirklich alleine runtergerufen. Oh, was ist die Waffe langsam. Och, mate. Och, Mensch. Och, Lungs. Du bist der letzte Robi. Oh, der Kampfbogen, ne? One-Shot ist auf jeden Fall K.O. Nutze zu deinem Vorteil. Genau unter dir ist er. Was sind sie denn, Alter, du Mist? Der Fall springt über den Gebiet. Ausrüstungslieferung ist unterwegs. Wir kommen zur Hilfe, ob ich nur was zuhle habe. Er ist nur ein Shieldbreak. Okay, alles klar. OTS-9 ist ja mal ein richtiger Rotzwaffe, ey. Die kannst du dir direkt in den Arsch stecken, ey. Krass. Wo ist der letzte? Drück durch, drück durch, umso schneller es wäre. So, jetzt reicht es mir langsam hier. Komische Runden hier, ey. Lünderungsauftrag, bitte bestätigen. Okay, Blow-Dot kann man auch vergessen. Ich bräuchte die Hilfe, glaub ich. Ich bräuchte die Hilfe, glaub ich. Vorratskiste markiert. Paket sicher. Die ist gar nicht. Der Fall springt über dem Gebiet ab. Aus den Himmel ab. Die Kiste ist ganz oben, ist nicht euer Ernst. Was? Jetzt ist Twitter da drüben, ey. Ich probiere mal die Kiste zu holen. Feindgerichtet. Seid vorsichtig. Beide landen im Einsatzgebiet. Feindliche Drohne über uns. Wir sind alle in der Sicherheitszone. Die Granate ist raus. Die Meergranate raus. Brauchst du Hilfe, Robert? Die sind da drüben auf jeden Fall. Einer ist draußen tot. Ja, hab ich gesehen, danke. Da sind noch zwei. Ah, einer hat sich wieder belegt. Wenn ich getötet habe, landet bestimmt hier irgendwo. Ich komm hin, ich geh aber ins Haus, ja. Hä? Nein, ich hab aber auch kein Glück heute, ne. Lass mich so in Ruhe. Wo kommt der denn jetzt her? Oh, der ist ja eben direkt hier oben. Och man, er hockt. Wie sie sich dort verschanzen. Den Mörder hatte ich noch. Na. Aber ne. Ich glaub, der sieht aus wie in der Game of Thrones oder so was. Das ist los für die. Okay, pass auf. Wir versuchen jetzt noch mal mit dem Loadout zu landen. Ne, ne. Ne, wohl nicht. Dann nicht beim Loadout landen. Vielleicht. Ich bin mir nicht sicher. Oder nochmal da, wo wir gestorben sind. In der Hoffnung, die sind weg. Was macht er denn hier? Ich geh jetzt hier zu ran. Ah, der ist relativ sicher aus. Naja. Lila macht hier. Lila ist der nicht. Oh, Lila. Hat Lila den nicht? Oh Gott. Okay, du bist der Letzte. Ähm. Ja, aber da sind sie doch. Unten sind sie doch. Alter, diese Waffe ist so schlecht, ey. Äh, er öffnet einfach nicht den Fallschirm, ne? Und warum hat der einen Skin mit einem lilanen Schweif, Alter? Das ist mega irritierend. Da hockt wirklich einer. Hier, hier oben. Hände. Jetzt sind da zwei drinnen sogar. Ja, perfekt. Und hinterlegt. Den anderen siehst du gar nicht. Ist das ein Rose Skin wieder? Ne, es geht ein Rose Skin. Sehr gut. Da ist noch einer. Da sind noch zwei drinnen. Ein oder zwei. Du bist der Letzte, Robi. Alles gut. Nur ein paar Sekunden. Ich versuche oben auf dem Dach zu landen. Und versuche die von oben zu töten. Mhm. Ich versuche da zu landen. Wenn die rausgehen und aufs Dach gehen, musst du mir Bescheid sagen, wenn du was siehst, ja? Komm, ich versuche das jetzt. Da wurde einer wiederbelebt gerade. Bereithalten für Koordina. Ena tot, Robert. Ena tot. Ena noch da. Ja. Ich komme gleich. Ja, keine Chance. Du siehst ihn einfach nicht. Er ist... Er ist Gott. Ja. Die müssen die Beleuchtung einfach wieder mal ändern. Das... Du siehst ihn nicht. Das ist zu krass einfach. Obwohl er nicht mal dunkel gekleidet ist. Na, er hat ihn gehabt, ne? Ja. Ach, ich komme gar nicht mehr rein. Ach, ist ja geil. Aber hier Kaschnep oder Kepup, wo der wieder heißt. Er hat noch genug Geld. Hier kommt Ena, würde ich sagen. Muss auch mal gucken. Er geht schon zum Shop. Gute Teammate. Ja, kann man auch mal sagen, was, denke ich. Ja. Ja, hat sich richtig gelohnt. Bin direkt im Gegner rein. Cool. Oh ja, hat die noch ein Glück. Oh Gott, ey. Hier, gleich Rinde laufen hier. Und Loot nehmen. Ah. Entschuldigung, dass das jetzt so ein bisschen... Wie so ein Vater klingt, aber... Um auf dem Dach auf jeden Fall. Oh, ich sehe noch eine ordentliche Zweitwaffe. Auf unserem Dach schon? Ne, ne. Auf dem Dach, sorry Robert. Okay. Ah, ich weiß nicht... Wo... Hier lag da so viel. Wo ist das denn da alles? Na gut, ein paar Sachen habe ich mir genommen. Aber eigentlich nur zwei Waffen und die... Das Gas breitet sich aus. Ja, das war klar. Das war klar. Ich lauf schon mal vor. Ich hab sogar ne Idee, wie funktioniert das. Kann man hier die Leiter hochkommen? Die Leiter hier, Robert. Na macht, ich komm, ich hab ne Maske. Ich nehm aber die Leiter dann, ja. Über uns. Hm. Ich muss ihn wiederbeleben. Auch hier oben, hier oben. Feindliches Ziel. Ein K.O. da oben. Weiß nicht, ob der selbst hat. Beide hier runtergesprungen. Noch wollen. Einer hat sich die Beine gebrochen. Bei mir ist einer. Bei mir ist der Letzte. Das ist der Letzte hier. Leichting. Ja. Ja. Danke, danke. Sehr gut, geile Runde. Stark. Oh, schön. Am Ende hat es... Er hat sich's noch... Die haben sich die Wogen geglättet noch zum Ende hin, ey. Siehst du ja irgendwann streng an. Ich wollte es heute noch nicht sagen. Das hätte ich nur noch mehr aufgefallen. Ich drehe mir jetzt erstmal hin und wir können jetzt hier erstmal entspannt kicken. Und äh... Pustet. Ich hatte sogar noch einen Swisskill am Ende. Ein Schweizer. Mit dem Schweizer. Schwitzer? Hast du den letzten jetzt getötet? Ja, 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 ja. Ganz klar. Mit dem Schweizer? Ne, mit der gefundenen OTS. Weil der war so nah dran. Da hab ich dann weit clever und hab mir gedacht, ich wechsel dann mal die Waffe. Ach, cool. Ist das gut. Ja. Spaß gemacht. Ach, shit.